Herzlich Willkommen zu dem neuen Produktvideo für den MD Emixion ZKW in der zweiten Generation. Wie wir hier sehen, das ist die überarbeitete Version des ZKW, 2-Kanal-Weichen-Decoder. Wenn man diesen vergleicht mit der früheren ersten Version, stellt man deutlich fest, dass er noch halb so groß ist. Das ist die alte Version, die frühere Version. Das ist die zweite, neue Version. Die Größe umfasst ca. die Größe eines 1-Kanal-Weichen-Decoders, wie man ihn von Pico-LGB kennt, Masut kennt, aber auch wie der MD Emixion EKW, der vergossene 1-Kanal-Weichen-Decoder. Bei diesem Decoder ist es auch möglich, ihn optional zu vergießen. Ansonsten standardmäßig ist die Platine bereits vor Feuchtigkeit geschützt. Optional lässt er sich auch vergießen. Wenn man den Größenvergleich hat, ca. die Hälfte. Man hat eine symmetrische Bauweise. Wie bei allen MD-Produkten mit der symmetrischen Bauweise ist darauf zu achten, dass hier, wo die Nase ist, immer sich der Gleisanschluss befindet, beziehungsweise dies hier die Orientierungshilfe gibt. Bei diesem Decoder ist der Pin, der direkt in dem Kasten liegt, in der Nase liegt, plus hier ist das Gleis und hier sind dann die beiden Funktionsausgänge. Womit man beispielsweise hier noch Lampen anschließen könnte, Weichenlaternen oder ähnliches. Hier haben wir dann ebenfalls wieder hier plus. Plus liegt immer gegenüber. Dann haben wir Weichenlaterne 1, Weiche 1 und Weiche 2. Jetzt möchten wir diese Funktion einmal vorführen. Wir nutzen dazu den Weichenmodus. Standardmäßig ist jetzt noch eingestellt Weiche 1. Eine Besonderheit des ZKW ist natürlich die Funktion für Entkupplungsgleise, wo man die Weichenlaternen auch direkt anschließen kann und darüber schalten kann, also die Entkupplergleichslampe, als auch die Funktion, wie hier gezeigt, für eine Dreiwegweiche. Dieser Decoder bietet sich idealerweise natürlich an für Dreiwegweichen, für Doppelkreuzungsweichen oder Weichenpaare. Man sieht, er trägt gar nicht auf, er hat eine schöne glatte Oberfläche, er trägt hier überhaupt nicht auf. Zu dem Rest, wir wollen jetzt den Weichenmodus haben, also den Dreiwegweichenmodus, um genau zu sein. Dazu gehen wir hier in das Programmiermenü, wählen aus POM an Schaltdecoder. In diesem Fall ist die Adresse momentan noch 1 und die CV Nummer 49 soll den Wert 4 erhalten. Damit wird der Decoder im speziellen Dreiwegweichenmodus arbeiten. Programmierung bestätigt. Das ist soweit nicht spektakulär. Spektakulär wird es jetzt mit der zweiten Adresse. Ich kann jetzt mit einem Mausschlag beide Zungen umschalten, wie wir hier gesehen haben. Gleiches gilt auch für die andere Seite. Diese Weichenzunge blockiert diese Weichenzunge. Ich möchte jetzt mit dem Zug hier langfahren. Das heißt, ich muss diese Weiche umschalten, ich muss die Weiche umschalten, sonst haben die keine definierte Position. Das macht das Modul automatisch, indem ich einfach hergehe und sage, ich möchte so schalten. Und man sieht, automatisch wurde die Zunge umgeschaltet. Oder wie man das bei der zweiten Weiche macht. Sagen wir mal, ich möchte mit der Weiche da langfahren. Dann ist die natürlich falsch. Und so schaltet dies automatisch um. Neben diesen Funktionen ist, wie bereits gesagt, der Enkupplergleismodus noch verfügbar. Eine freie Vergabe der beiden Weichenadressen, die unabhängig voneinander sein kann. Die muss nicht aufeinander folgen. Und natürlich diverse andere Modi, wie beispielsweise Dim der Weichen- und Funktionsausgänge. Man kann beispielsweise auch noch die beiden paarweise schalten. Das heißt, zusammenschalten. Wenn man jetzt ein Hauptsignal und ein Vorsignal schalten möchte, die eine höhere Last haben, muss man die nicht an einen Weichenausgang hängen, sondern kann die an zwei hängen. Und vieles weitere. Dies ist die neue Version des MD-MX Zone ZKW.